Der Kinocast So, war mal anfangen, ja? Ajo. Hallo und herzlich willkommen zum Kinocast. Hier ist der Chris. Schönen guten Tag, hallo. Und hier ist der Erik. Ich bin der Erik, hallo. Herzlich willkommen. Kate muss Formel 1 gucken, sie lässt sich entschuldigen. Unter anderem. Der Formel 1 Rennkalender verträgt sich nicht mit der Aufnahmesituation hier. Also wir nehmen Sonntagvormittag auf und ja, genau. Ich habe sie auch ohne Ton laufen. Ja, so viel Safety Car hier, da kann man locker mal einen Kinocast nebenbei aufnehmen. Naja, was besprechen wir denn heute? In der Sneak Preview, wo der Chris letzte Woche alleine war, weil ich ja unterwegs war. Skandal. Leave the American Society of Magical Negroes. Genau. Ach, ich kann noch mal sagen, was zu Sneak in Washington. Genau, kann ich auch noch was sagen. Notiere ich mir mal. Dann habe ich gesehen im Kino in Washington, war ich mit einem Kollegen noch mal in Sybil Ward drin, braucht man ja nicht noch mal drüber reden, kann ich vielleicht mal ganz kurz ansprechen. Dann habe ich gesehen Godzilla X-Kong. Und im Flugzeug habe ich tatsächlich gesehen, ich bin nämlich mit Heimwärts, den langen Flug, der war mit Air France. Und da gab es tatsächlich Le Trois Mosketeer, also die drei Mosketeere Milady, sozusagen der zweite Teil von der geplanten Trilogie. Und den habe ich mir reingezogen, denn der sollte ja eigentlich jetzt im Kino starten in Deutschland, ist aber aus irgendwelchen Gründen nicht gestartet, soll dann irgendwann auf DVD und Blu-Ray erscheinen oder im Streaming. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass der da verfügbar war. Ja, war allerdings nur auf Französisch verfügbar mit Untertiteln, aber das ging. Ja, dann natürlich gibt es die Charts, nee, mit englischen Untertiteln. Charts und Neustarts, da muss ich noch mal gucken, ob wir die von Innenstadtkinos bekommen haben, die aktuellen. Ansonsten nehmen wir die deutschlandweiten. Dann habe ich tatsächlich noch einen kleinen Überraschungsfilm in der Rubrik Heimkino, da muss ich den Chris mal erraten lassen, was das ist. Hat aber tatsächlich ein bisschen was mit einem anderen Film zu tun, den wir heute eigentlich besprechen wollen. Naja, mal schauen. Er hat mir versprochen, es ist kein Porno. Es ist kein Porno, ja. Dann lief er im US-Fernsehen. Im US-Fernsehen siehst du zwar jegliche Gewalt, aber sämtliche, selbst Shit wird da ausgemutet. Deswegen, also mit Sicherheit kein Porno. Ja, bei Serien wollte ich eigentlich über Star Trek Discovery reden, hat die Kate aber bei sich mit drinstehen. Und deswegen werde ich da mal warten, bis nächste Woche. Ja, jetzt sind ja vier Folgen raus, die habe ich schon geguckt. Gut, lass mal rein starten. The American Society of Magical Negroes. Der hat ja in der IMDb irgendwie eine überzeugende Wertung, was aber häufig auch daran liegen kann, dass da viele, sagen wir mal, woke people meinen, sie müssten den aufgrund des Titels einfach mal schlecht bewerten. War das denn so? Die American Society of Magical Negroes war tatsächlich nicht so, muss ich gleich vorne wegschicken. Also ging nicht nur mir so, sondern tatsächlich auch die Resonanz in unserer Facebook-Gruppe ist, warum ist der so scheiße bewertet? Und ich weiß noch, letzte Woche hatten wir es schon da davon und der Erik hat noch gemeint, jetzt kann ich sagen, danke, dass du mir viel Spaß gewünscht hast, weil den hatte ich tatsächlich. Wir lernen Justice Smith kennen, der spielt Aaron und Aaron ist ein eher, ja, erfolgloser Künstler, immer so, ja, ein bisschen so, immer drauf bedacht, niemandem groß auf die Füße zu treten, niemanden zu nerven, aus der Situation auch gut rauszukommen und er macht Kunst mit so Schuhwollegarn irgendwie sowas. Und dann gibt es noch eine größere Ausstellung, wo er halt auch sein Werk ausstellt, aber er kann sich und sein Werk halt überhaupt nicht verkaufen. Wird auch dort eher für einen der Getränkeanbieter gehalten. Und, ja, danach ist quasi so seine Karriere völlig in den Bach runter, also komplett am Boden eigentlich. Und auf dem Weg nach Hause wiederfährt ihm eine, wie ich fand, so herrlich skurrile Situation, weil er geht an den Bankautomaten, hat noch 17 Dollar auf seinem Bankkonto und ist so, ja geil, funktioniert gar nichts mehr, kein Geld, kein Job, kein Geld, keine Zukunft, so nach dem Motto. Und geht dann weg und jetzt, vielleicht spoiler ich jetzt ein bisschen, aber wenn, dann tut es mir leid, aber diese Szene war einfach, ich fand die so mega abgefahren. Spoiler, spoiler. Ja, vielleicht so ein bisschen Spoiler, weil es kommt dann eine junge Dame dorthin und die tippelt auf dem Automaten drumherum und, ja, kannst du mir mal helfen mit hier Dingsen? Und er ist schon so, nee, aber er ist halt tatsächlich so ein Hilfsbedürfender, Hilfhelfender, so ein bisschen mit Helfer-Syndrom auch. Und sie, doch, hier, pass mal auf, bla bla bla, und hier ist mein PIN. Und er so, nein, verrate mir doch deinen PIN nicht. Und sie erzählt ihm irgendwelche Nummern. Und er dann so, das klingt eher wie eine Telefonnummer. Und sie, oh, Moment, ja, hä, 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 gruschelt dann in ihrem Handtäschchen rum, holt ein Büchchen raus, drückt ihm ihre Handtasche in die Hand. Dann so, ja, hier, probier mal das oder probier mal das. Und so, warte, wo ist eigentlich meine Bankkarte? Und dann so, ja, die ist noch im Automaten. Hä, warum hast du meine Tasche? Und dann kommt ihr Freund dazu, so ein etwas, ja, fast zwei Meter großer Brecher. Der so, was machst du mit der Handtasche von meiner Freundin? Und die Situation droht völlig zu eskalieren. Und er kann gar nichts dafür, weil die gute Dame, mit der er das rumhantiert, die ist einfach komplett Banane. Und das ist aber so witzig gemacht, dass du dir denkst so, ach du Scheiße, wie kann ein Mensch drauf sein? Und der arme Kerl, man kriegt komplett Mitleid mit ihm. Und dann ist der große Auftritt von Roger, von David Allen Greer, der da dazwischen geht, mehr oder weniger. Und zwar auch ganz sachte, ganz behutsame Art und Weise, sagt, hey, hier, bla, bla, bla. Und mit einem Schwupp ist die Handtasche nicht mehr bei Aaron, sondern bei der Dame drüben. Und so, hä, warum, er hat doch die Handtasche gar nicht. Und so, hä, alles so total verwirrt. Und da merkst du schon, okay, es funktioniert hier nicht alles so, wie es eigentlich real erscheint. Und dann kommt noch die Frage, so, hast du irgendwelche Hirnschäden oder irgendwas? Und Aaron guckt ihn an so, ey, was willst du eigentlich von mir? Ist völlig überfordert mit der Situation, auch völlig lost in der Situation. Und Roger packt ihn und zack, teleportiert ihn woanders hin. Und so, ja, das kann manchmal so ein bisschen, wenn man Gehirnerschütterung hat oder so, kann das zu Brechheits und so führen, diese Sachen. Aber es ist richtig herrlich, weil Aaron völlig überfordert ist und komplett drin ist. Und Roger steckt ihn dann da rein in eben diese American Society of Magical Negroes. Und ich möchte dazu ganz kurz noch sagen, ich habe die Tipps vorgelesen bei der Sneak und habe auch diesen Filmtitel vorgelesen. Und ich wurde teilweise aus dem Publikum sehr schräg angeschaut. Und ich so, hey, Leute, ich lese es nur vor, wie der Film heißt. Ich mache es sonst hier gerade gar nicht. Lese es nur vor. Und als es das erste Mal dann tatsächlich im Film auch gesagt wurde, so nach, nicht mal zehn Minuten oder so, oder nach knapp zehn Minuten, saß ich dran und habe laut, ha, gemacht. Seht ihr, seht ihr, so, ich bin nicht schuld. Ja, also Aaron kommt dann in so ein Rekrutierungsprogramm für eben die American Society of Magical Negroes, die eben so ein Geheimbund sind mit Zauberkräften. Und der ihr Ziel ist tatsächlich, dass das Stresslevel, das Wutlevel von Weißen nicht zu hoch geht, sondern dass die einigermaßen in Spuren verlaufen und deswegen die Schwarzen, die schwarze Gesellschaft in Ruhe leben kann. Darum geht es halt. Also wenn du sagst, oh, das ist aber politisch nicht korrekt. Ja, genau darauf zielt nämlich dieser Film ab. Der haut so richtig politisch da drauf, gibt da ein paar Szenen, wo du dir denkst, so, alles klar. Es geht das ganze Thema nämlich sehr mit einem, ja, nicht nur Augenzwinkern, sondern auch mit einem sehr ernsten Augenzwinkern teilweise an. Und Aaron geht dann nach dieser Veranstaltung, dieser Einführungsveranstaltung raus und sagt, ey, was für ein Quatsch, habe ich mir das alles nur eingebildet, was weiß ich was? Und wacht am nächsten Morgen auf und denkt so, ja, war nur ein schlechter Traum. Ja, von wegen. Er hat dann tatsächlich so eine Uhr, die klingeln kann, mit der man auch Verbindungen herstellen kann. Problem ist dann, dass Aaron sich einen Kaffee holen möchte und dort auf Lizzie trifft. Eine auch sehr, sehr unglaublich charmante, abgefahrene Situation mit Lizzie. Die wird gespielt von Anne Lee Bogan, von der, ich muss dazu sagen, bezaubernden Anne Lee Bogan. Er hat ein sehr bezauberndes Lächeln. Und hat dann, also begegnet er mit der, es sprühen so ein wenig die Flirtfetzen mit, ey, hast du mich gerade abgecheckt? Nein, ich habe geguckt, ob du Kaffee hast. Oh Gott, ich habe Kaffee auf die Frische. Es ist so goldig gemacht, wirklich. Und richtig, richtig charmant, wie gesagt. Und er hat dann Lizzie kennen, denkt sich aber nichts Großes dabei. Wird dann zu der American Society of Magical Negros nochmal eingeladen oder geht auch wirklich zurück, weil doch das Interesse geweckt ist und er kriegt dann seinen ersten Fall und soll in einer Firma eben dort auch helfen. Und zwar, jetzt muss ich gucken, wie der hier hieß, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Jason muss man gerne sagen, Drew Tarver heißt er. Jason soll er helfen, dass dessen Level nicht so über die Stränge schlägt. Ist eine Firma, die macht so etwas Ähnliches wie Facebook. Jason ist da drin Designer und er kriegt das neue Design nicht so hin und er soll ihm da so ein bisschen helfen und eben unterstützen. Wie das Ganze und so funktioniert, sieht man übrigens auch in lustigerweise anderen nachgestellten Filmen, wo eben schwarze Weißen helfen. Ich verrate nicht, in welchen, ist es aber sehr, sehr cool gemacht. Und wenn man sich in dem Filmbereich auskennt, dann kann man gleich sagen, ja okay, alles klar und aha, okay, witzige Geschichte da dazu. Problem bei der ganzen Sache ist, Lizzie arbeitet auch in der Firma, wer hätte es gedacht. Und Lizzie ist quasi die Vorgesetzte von den beiden, weil Aaron da eingestellt wird als eben Unterstützung für Jason. Und Jason steht natürlich auch auf Lizzie. Und dann ist es so, man darf natürlich nicht sich irgendwelche Liebeleien reinmachen, die das Projekt gefährden könnten, die den Klienten gefährden könnten. Und so entsteht eben so ein witziger Film, der sehr viel tatsächlich über Diskriminierung handelt, der sehr viel um die Unterschiede zwischen Schwarz-Weiß in den USA halt hauptsächlich auch damit jongliert, so ein bisschen der ganz klare Statement auch setzt und der eine wirklich goldige Liebesgeschichte erzählt. Das ist auch ein relativ großes und tatsächlich vielleicht, was heißt großes, aber nicht so ganz vorhersehbares Finale hinausläuft. Was ich allerdings rundum charmant fand. Also der ganze Film ist sehr, sehr charmant gemacht. Es ist wirklich an Stellen echt witzig, aber eben auch mit einer klaren politischen Nachricht. Und sei es auch um eben diesen Namen, weil Aaron steht auch da und sagt, so ein bisschen seltsamer Name. Und dann regen sich erstmal alle voll drüber auf, so, was, wie kannst du das sagen? Also die leben dann auch so in ihrer eigenen Welt so ein bisschen gefangen. Und das ist einfach echt cool gemacht. Also eine richtig schöne Fantasy-Komödie mit doch cooler Story. Also ist jetzt nicht unbedingt was komplett Neues mit Liebesgeschichte und blablabla und überhaupt, aber halt in einem sehr, sehr charmanten Paket. Und wie gesagt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Auch wenn jetzt hier dran steht, dieser Film gefiel 18 Prozent der Nutzer bei Google. Und ich denke so, okay, weil wenn ich in unsere Gruppe gucke, die schlechteste Bewertung ist 4 und die meisten Bewertungen, die 50 Prozent der Wertungen sind 8 Punkte, die eingehen. Ja, vielleicht ist das auch so ein Ding, wenn der in Amerika läuft, die sehen das alles noch sehr viel kritischer, solche, wie was dargestellt ist und so. Wir können das aus der Ferne, finden das dann lustig und denken da nicht weiter drüber nach. Du wirst aber zum Nachdenken auf jeden Fall angeregt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich habe bei der IMDb mal ein bisschen durchgeschaut durch die Kritiken, die da geschrieben wurden dazu. Das klang schon sehr danach, als kann man da einige Sachen in falschen Hals bekommen, wenn man gerade speziell in Amerika lebt, wo das gerade ein sehr, sehr kritisches Thema ist, wo du wirklich aufpassen musst, was du sagst und wie du es sagst und so weiter. Da kriegen das viele irgendwie in falschen Hals und ja, aus beiden Richtungen. Ja, also sowohl Weiße als auch Schwarze kriegen da Sachen in falschen Hals. Deswegen ist der auch relativ schnell wieder aus den Kinos verschwunden in den USA, habe ich gelesen. Was ich echt super schade finde, kann ich echt nur sagen, weil mir hat er wirklich gefallen. Ich hatte Spaß, ich kann den auch bedenkenlos tatsächlich weiterempfehlen für Leute, die gerne auch mal einen eher vielleicht leichten Film oder ein Date-Movie haben möchten, ist der komplett ideal dafür, weil man hat auf jeden Fall danach Gesprächsstoff noch und genügend andere Situationen einfach auch. Also mir hat er echt Spaß gemacht, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich kann ihn auch wirklich, dir würde ich ihn auch wirklich empfehlen, also dass du mal reinguckst. Ist jetzt natürlich nicht so die Sache, dass du sagst, ja dafür renne ich jetzt extra ins Kino, aber es war, wie ich fand, ein absolut cooler Sneak-Film, der die schlechten Bewertungen in meinen Augen nicht verdient hat. Okay, ja, wenn man da ganz entspannt damit umgeht, dann kann man da wahrscheinlich viel Spaß haben, wie bei allen Sachen. Daher man kann ja immer irgendwo was finden, um sich da dran hochzuziehen. Gibt es ja bei uns leider auch sehr viel, die sich an allem Möglichen hochziehen. Ja, man sieht es ja an den Wertungen. Mal gucken, wann läuft der an? Weißt du das schon irgendwie? Ah, das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Der läuft an 25. April, müsste es also nächste Woche sein. Das ist ja quasi jetzt bei den Neustarts dann mit dabei nachher. Sollte er eigentlich dabei sein, ja. Und dann könnt ihr euch... Ich habe ihn da aber nicht gesehen. Ah doch, da ist er. Okay, bei den Neustarts ist er dabei. Könnt ihr euch selber mal ein Bild davon verschaffen. Und ja, ich weiß nicht, ob mich das jetzt ins Kino zieht, aber vielleicht kriege ich mal einen Screener oder so oder ich gucke es mal im Heimkino, mal gucken. Genau, für Heimkino auch echt geeignet. Gut, gerade so witzige Filme ist eigentlich immer ganz gut im Kino. Da ist diese Gruppendynamik, wenn das ganze Kino lacht, da lacht man ja noch mehr. Apropos, Nackte Kanone soll neu verfilmt werden mit Pamela Anders. Ach nee, echt. Ja, mal schauen. Ja, aber also Nackte Kanone läuft halt einfach mit Leslie Nielsen. Ja, mal gucken. Erst mal abwarten, wie es wird. Es gibt ja auch Beispiele für gute Remakes oder Reboots. Ja, welche denn? Ja, müsste ich überlegen. Ja, Ghostbusters, okay. Aber ohne Melissa McCarthy. Ich sag mal so, manche Reboots sind da eigentlich ganz gut gelungen. Ach, fällt mir gerade nicht ein. Ich kann nicht so richtig, ich bin noch halb jetlaggerig hier. Heute fällt es mir noch schwerer. Roadhouse nicht. Thema, achso, Punkte hast du schon gegeben? Punkte habe ich noch nicht gegeben. Ich habe in unserer Gruppe 7 gegeben. Hier bei uns gebe ich 7,5, weil der 0,5, den gibt es für Annelie Bogan. Okay, muss ich mal nachher angucken, wer das ist. Ja. Und ja, Sneak in Washington wollte ich ja. Ich kann übrigens ein Kino sehr empfehlen in Washington, sollte es euch jemals dahin verschlagen, das Regal Cinema, wie das Regal, schreibt sich das. Regal, Internetseite ist regmovies.com. Und da könnt ihr auch sehen, was das aktuelle Programm ist, was demnächst läuft. Und man kann da, gibt es auch diese Sitze wie in Innenstadtkinos hier, wo du durchgerüttelt wirst. Und so kann man alles mögliche buchen. Und es gibt da eine Sneak tatsächlich. Und tatsächlich ist die auch montags, nennt sich bei den Monday Mystery Movie. Und da wäre ich fast reingegangen. Ich habe es ja in unserer Gruppe schon geschrieben gehabt. So, hey, hier gibt es, hier gibt es eine Sneak und so. Und dann habe ich ein bisschen den Typ da, den Ticketverkäufer ein bisschen bequatscht, so versucht rauszukriegen, was kommt. Und bin tatsächlich drauf gekommen, was es ist. Und deswegen habe ich dann zu meinem Kollegen gesagt, nee, dann lass mal lieber ein Simple Walk gehen. Denn den wollte man ja eigentlich sowieso gucken. Dann habe ich ja entdeckt, dass es da eine Sneak gibt. Dann hat er ja noch überlegt, ja, er war auch noch nie in der Sneak. Er würde das gerne mal sehen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich erst mal rauszukriegen, was kommt. Und es wäre dort gekommen oder es kam dort Jeanne du Barry. Du kannst dich vielleicht erinnern. Hatten wir vor ein paar Monaten hier in der Sneak Preview Nummer 1179 Kinocast Folge 777 mit Johnny Depp und Mai Venn, die da irgendwie diese Kortisane spielt, die sich da in Frankreich da so ein bisschen nach oben dient. Ja, du hast vier Punkte gegeben. Ich habe siebene halb gegeben sogar. Ja, aber trotzdem so zum Nochmal gucken. Und ich weiß nicht, ob das so ein Zwei-Stunden-Historien, französisches Historien-Drama-Slash-Erotik-Thriller, ob das was für meinen Kollegen gewesen wäre. Bei Civil War wusste ich, okay, den wollte er sowieso sehen. Und da sind wir noch mal rein. Und den kann ich auch noch mal wärmstens ins Herz legen. Auch, ich weiß nicht, du folgst ja auch Bastian Bielendorfer, oder? Der hat ja vernichtendes, also Buh, kann ich da noch sagen. Also wie kann man erstens, also falls ihr ihn nicht kennt, Bastian Bielendorfer ist Comedian und ich war da auch schon in einigen von seinen Shows. Ich mag den echt gerne, seinen Humor und alles. Hatte auch Podcasts zusammen hier mit Reini. A.A. zusammen mit unserem Homie. Hat er den Bratwurst und Baklava-Podcast und so weiter. Und bei vielen seiner Filmkritiken bin ich sehr d'accord mit ihm. Aber was er da jetzt bei Instagram rausgelassen hat, er hat sich irgendwie selber gefilmt in einer Story, wie er gerade aus Civil War rausgegangen ist und hat Civil War total verrissen. Also er hat irgendwie die erste Dreiviertelstunde oder halbe Stunde gesehen und ist dann rausgegangen. Und er fand das irgendwie total verwirrend und konnte überhaupt nicht damit klarkommen. Und ja, also erstens mal, man geht nicht aus einem Kinofilm raus. Das erste Buh, ne? Also ich meine, da muss er wirklich, also in der Sneak, selbst in der Sneak, die Sneaker-Ehre sagt auch, wenn da ganz große Scheiße kommt, man bleibt trotzdem bis zum Ende. Naja, also. Aber ich bin auch schon zwei, dreimal rausgegangen. Ich wollte es gerade sagen. Weil mir da die Lebenszeit wirklich zu schade ist. Bei manchen Sneak-Filmen, okay. Aber wenn ich jetzt aktiv in einen Film reingehe, dann weiß ich ja, was mich erwartet. Und der Basti, der kennt sich ja auch ein bisschen aus mit Filmen. Der weiß ja ungefähr, um was es da geht. Der ist ja jetzt nicht völlig blind, dass er das sagt. Das Poster sieht geil aus. Ich gehe da rein. Gibt es ja auch manche, die ihre Entscheidung für einen Film quasi vor den Postern treffen. Ja, und da hat er da gerantet, ohne den Film gesehen zu haben. Also wirklich absolutes Buh, ne? Hier von meiner Seite. Also, oder? Was meinst du? Oder willst du dich nicht aus dem Fenster lehnen? Was weißt du aus dem Fenster lehnen? Ich fand ja den Film eigentlich ganz gut. Also, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe den jetzt zweimal gesehen. Ja, ja. Und das zweite Mal im Original. Da ist er noch mal ein ganzes Stück besser. Ja, deswegen, ich sage ja, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, was sein großes Problem da ist. Weil seine Kritik kann ich nicht ganz teilen. Aber es ist seine Meinung. Ja. Und das ist dann auch okay. Kann ich nichts dafür, dass er keine Ahnung hat. Ich kritisiere ja nicht seine Meinung. Ich kritisiere, dass er aus dem Film rausgegangen ist. Ohne jetzt überhaupt. Ohne seine Entscheidung. Ja, ohne überhaupt. Ja, er kann ja nicht drüber urteilen, ohne den Film in seiner Gänse beurteilen. Das ist immer schwierig. Das meine ich. Kannst du nicht die ersten drei Seiten von einem Buch lesen und sagen, das Buch ist scheiße. So wie bei Lehrerkennen. Naja. Nee, also das kritisiere ich halt. So, dass er den Film uprandet über den Film, ohne den ganz gesehen zu haben. Wenn wir hier über einen Film upranden, dann haben wir ihn ganz gesehen. Nur mal so. Nee. Vielleicht, Basti, vielleicht gibst du dem Film doch mal eine Chance. Denn ich war mit einem Kollegen drin aus Amerika. Der lebt in North Carolina. Und mit dem war ich jetzt in Washington in dem Film. Und wir waren ja quasi auch am Ort des Geschehens. Da passiert ja auch sehr viel in Washington in dem Film. Und das hat meinen Kollegen auch extrem mitgenommen. Das wäre so, als wenn du siehst in einem Film, wie was wir sich in Stuttgart Panzer rollen oder sowas. Ja, du lebst hier und du siehst quasi das. Und gerade so dieses bedrückende Szenario. In Amerika ist halt wirklich durch diese mehr oder weniger Zweiteilung der, das polarisiert so sehr stark. Es ist nicht so zersplittert wie bei uns, dass es so viele Strömungen und Richtungen und Parteien gibt, sondern das ist wirklich halt nur, entweder bist du für die oder für die. Das ist alles so schwarz-weiß. Es gibt zwar noch so kleinere Sachen, kleinere Parteien und so, aber die haben eigentlich keine richtige, ja, das, und das ist halt wirklich sehr, sehr polarisierend alles. Und man muss sehr vorsichtig sein, was man wie sagt. Und ja, das kann durchaus, das ist tatsächlich ein Szenario, was so passieren könnte. Jetzt nicht unbedingt, dass Texas zusammen mit, mit Kalifornien zusammen in den Krieg zieht. Und das ist aufgrund der Struktur der jeweiligen Länder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die beiden sich verbünden. Aber ja, dass da irgendwie, dass Amerika schon immer sehr nah dran war an Waffengewalt, das wissen wir ja schon durch diverse Attentate und sonst was alles. Ja, wobei, ich würde es tatsächlich noch ein Stück weiter gehen, nur sagen, hey, lieber Bastian Bielendorfer, wenn du mal Bock hast, über Filme zu reden oder über einen Film zu reden, den du vielleicht gut fandest und wir nicht oder umgedreht, komm doch gerne mal hier rein. Komm doch mal gerne beim Kinocast vorbei. Wir nehmen sehr gerne mit dir eine Folge mal auf und sprechen darüber und erklären dir dann, warum du keine Ahnung hast. Das kennst du ja von Rainer Bremfurt. Vielleicht nehmen wir lieber mit einem Reini auf. Der hat, glaube ich, muss man, Basti, ein bisschen challengen hier, dass er herkommt. Dann nehmen wir lieber mit einem Reini auf. Der guckt wenigstens die Filme zu Ende. Ja, oder das. Und der hat auch gesagt, muss ich sehen, deswegen. Ja, nee, also Civil War, ich kann es nur nochmal, also der hat mich beim zweiten Mal im Original, nehme ich Filme generell immer noch ein bisschen mehr mit, der hat mich da echt nochmal viel mehr gepackt und ich habe wirklich nicht mal eine Woche vorher, hatte ich den schon gesehen. Und gerade auch mit den ganzen Slangs, die die gesprochen haben im Original, wo du halt wirklich gemerkt hast, okay, in welcher Region wir gerade sind und mein Kollege war halt auch dabei, der hat halt auch gesagt, wow, das trifft so gut auch die, wie die einzelnen Schauspieler das auch so verkörpert haben, so die Art, so in Einzelnen von diesen Counties und Regionen, wie da die Menschen ticken und so, das wäre alles so gut gewesen. Und ja, also den hat es auch total mitgenommen. Also wenn der Punkte geben würde, er würde glaube ich neun oder zehn Punkte geben. Und in Amerika ist der Film auch Platz eins der Kinochart. Und man saß fast in jeder Morgenshow, wurde auch drüber gesprochen und alles. Ja, wird von beiden Seiten komischerweise, also sowohl von den Liberalen, also von den anderen, also von beiden Richtungen wird der Film abgefeiert. Und diverse Gründe irgendwie. Also ich kann es nur nochmal empfehlen, Civil War. Und vielleicht guckt er den Film im Kino zu Ende, bevor er ein Urteil fällt. Das nochmal als Hinweis. Denn ja, es ist wie bei Argyle. Da hat man vorhin mal ganz kurz drüber geredet. Den haben wir bei, oder habe ich gesehen, der Chris möchte noch gucken. Der hat erst den Anfang gesehen. Da passiert halt auch noch sehr viel, was man am Anfang nicht erwartet. Deswegen wirklich weitergucken. Okay. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Sneak-Tipps. Habe ich ein bisschen verquatscht. Hier haben wir das Sneak-Washington. Nur ein bisschen. Die Sneak-Tipps. Wie ist denn hier der Tipp für nächste Woche? Der Tipp für die Sneak-Nummer 1212, also 1212 am 22.04.24, lautet, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich weiß, was kommt. Und ich habe richtig Bock drauf. Und ich kann jedem nur empfehlen, in die Sneak-Mongen zu kommen. Sag ich schon mal. Ich werde nochmal gucken nach Tipps. Ich bin ja, wie gesagt, gestern erst hier wieder reingeschneit. Du musst erst mal ein bisschen wieder decompressen. Und ja, da ist nur ein Tipp eingegangen bis jetzt. Aber ich werde noch einen Tipp abfeuern. Also achtet mal auf die Gloria Sneak-Facebook-Gruppe. Da wird noch ein Tipp auf jeden Fall kommen von mir, wenn ich es nicht vergesse. Bis jetzt hat er Martin getippt. Schöne Grüße. Das Zimmer der Wunder. Das Punkt Zimmer der Wunder. Wahrscheinlich ist der Punkt falsch. Also das Zimmer der Wunder. Ein, weiß nicht, worum es da geht in dem Film. Ich wollte gerade sagen, ein deutscher Film, aber es ist nur der Trailer, der auf Deutsch ist. Okay. Ich werde auch noch mal einen Tipp abfeuern. Achte drauf. Und jetzt kommen wir erst mal zu den anderen im Kino gesehenen Filmen. Und da hatte ich, wie gesagt, ich war in Civil War. Und dann war ich noch mal, weil das echt gut ging. Die Kinos, die haben dann auch so, dass die Filme so zeitversetzt laufen in so zwei Sälen nebeneinander. Da kannst du quasi, wenn du in den Film gehen willst, und er hat in dem einen Saal begonnen, dann brauchst du dich nicht ärgern, sondern wartest du einfach irgendwie eine halbe Stunde oder so. Dann läuft er in dem anderen Saal dann weiter. Und da habe ich mir tatsächlich mal Godzilla X Kong angeschaut. Denn ich bin ja durchaus Godzilla-Fan. Und ich hatte zwar so meine Habe ich schon mal gehört, ja, dass du es bist. Ich hatte zwar so meine Bedenken vor dem Film in dem Trailer und so. Hast du irgendwas, womit du ein Geräusch erzeugen kannst, außer deiner Stimme, gerade bei der Hand, irgendwie eine Tröte oder eine Trillerpfeife oder irgendwas? Könnte ich was machen. Ja, warum? Soll ich? Ja, hast du was? Ja, hol mal was. Okay, pass auf. Ich erzähle mal kurz die Story und wenn da irgendwie ein Punkt kommt, wo du sagst, das klingt jetzt irgendwie, dann mach mal das Geräusch. Ich will mal gucken, wo du aussteigst, ja. Okay. Also bei Godzilla X-Kong, ja, warte mal, nee, nee, nicht aus Quatsch, komm, das muss schon echt sein. Okay, also komm, okay. Also bei Godzilla X-Kong, The New Empire heißt es, ja. Das führt ja quasi die Storylinien der amerikanischen Kaiju-Filme zusammen, die, wir hatten ja Kong, Skull Island und was es nicht alles gab und dann noch diese Godzilla-Filme, diese aus Amerika kommenden. Und das soll halt jetzt diese, ja, nenne ich Universen, das spielt ja mehr oder weniger in demselben Universum, aber soll halt das zusammenführen. So, jetzt Story, Achtung. Es geht los, dass Godzilla lebt quasi oben auf der Erde und wird von Monarch getrackt und bewacht. Na gut, der ist riesig, also der weiß immer, wo der ist fast, ne. und er bekämpft dann irgendwelche Gefahren, die, die der Erde irgendwie drohen und er schläft im Kolosseum in Rom zum Beispiel, das ist so sein Schlafplatz, sein, sein Kuschelkissen. Ne, noch nicht? Okay. Und man ist halt auf die Idee gekommen, Mensch, wir lassen den Godzilla doch mal oben auf der Erde, weil der kann uns helfen, Bedrohungen abzuwehren. Aber wie es natürlich so ist, wie so ein Elefant im Porzellanladen, wenn da Godzilla irgendwie durch eine Stadt läuft, um irgendeine, ne, ne, ne Gefahr abzuwehren, macht er natürlich viel mehr kaputt, als das eigentlich irgendwie die Gefahr vielleicht schlimm gewesen wäre. Also irgendwie, das fand ich schon mal ein bisschen fragwürdig, aber gut, du noch nicht offensichtlich. Nein, ich bin noch dabei. Und dass er im Kolosseum in Rom schläft, okay. Ähm, dann hatten wir ja, du hast die Serie, äh, Monarch ja nicht gesehen, nehme ich an, auf, äh, Apple TV war das, glaube ich. da geht es ja mehr darüber, wenn er darum, um diese, um diese Herkunft dieses Konzerns, was so, äh, quasi so ein bisschen so eine, so eine Übermacht ist, wie bei Lost, diese Dharma Corporation, oder wie bei, äh, wie bei Resident Evil, diese Umbrella. Voltech. ja, so ungefähr, ja, nicht ganz, Voltech war ja nur ein Konzern, hier ist es schon ein bisschen größer, die halt quasi diese, ähm, Superwesen, diese Super, äh, ja, Giganten, quasi, entdecken, tracken, und, äh, versuchen, die, ähm, zu erforschen. Und, das wurde halt in der Serie thematisiert, da war auch das ganze Thema mit der Hohlerde, dass halt in der Hohlerde, ähm, da diese, diese großen Viecher auch leben, die dann immer mal so durch irgendwelche Verwerfungen dann nach oben kommen, immer noch nicht, okay. Nein, nein, das kann ich ja noch. Okay, und, wir erfahren jetzt, dass, ähm, King Kong, den hat man quasi in die Hohlerde, äh, quasi gesteckt, weil, Ja, das war doch auch schon in meinem Film, oder? Jaja, weil King Kong und Godzilla, die können sich ja irgendwie nicht leiden, aus irgendwelchen Gründen, und bekämpfen sich halt immer, und machen halt alles kaputt, und da hat man die halt getrennt, und King Kong ist halt in der Hohlerde, wird von Monarch weiter überwacht, und lebt da so sein, sein Leben vor sich hin, so. Ähm, jetzt hat er aber Zahnschmerzen, so. Und um die Zahnschmerzen zu behandeln, also, wird er quasi nach oben geholt, in die, in Anführungszeichen, normale Erde, und wird dann so ein Kraftfeld rein, und dann kommt so ein riesen, Kran, und da machen sie da mit seinem Zahn was, und ziehen ihn, und machen ihm quasi so einen neuen Zahn rein, und... Moment, Moment, die ziehen Godzilla, äh, ja, die betäuben den, und dann ist er da, dann geht's ihm auch wieder gut, die behandeln da irgendwie seinen Zahn, und, ähm, ähm, dann geht er wieder, geht er wieder auch runter, in die, in die Hohlerde, und stellt dann aber fest, in der Hohlerde gibt's, äh, irgendwie noch mehr, gibt's noch so Durchgänge zu irgendwas, und, ähm, stellt dann fest, da gibt's noch andere, ach so, jetzt, okay. Nein, 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 ich bin hingekommen, Moment, Moment, also dadurch, du hältst da lange durch, also ich muss sagen, ich muss sagen, ich hatte schon mehr Facepal-Momente am Anfang, oder so. Ja, du hast es gesehen, ich stell's mir noch vor, ich bin noch so, total, ja. So, jedenfalls, ähm, gibt's da mal so ein Zusammentreffen mit irgendwelchen anderen, riesigen Affen, nenn ich's jetzt mal, also, ist Godzilla ein Affe, äh, King Kong ein Affe, oder ein Gorilla, oder so, ja, kennt den Unterschied nicht, also, jedenfalls so riesige, Gorilla, und stellt dann fest, die, die kommen aus einer anderen Ecke von der Hohlerde, die bis jetzt ja noch nicht kannte, und er kommt dann da rein, und da ist dann auch, äh, der sogenannte Ska-King, der, ein, ein, ein Herrscher, der, dieser, auch so ein riesiger Affe, der hat dann auch so ein, äh, so eine Art, was ist das, wie so eine Axt, und da ist so ein, äh, so ein, äh, Amulett, so ein Edelstein drin, und mit diesem Edelstein kann er den Eisdrachen Shimo, nämlich, äh, kontrollieren, den er gefangen hat, und dieser Eisdrache, der kann, ähm, ja, der speit nicht Feuer, sondern quasi, wie bei Model Combat gab's da auch so einen, der so Eis hier so, wo du dann so gefroren bist und so, ne, und, immer noch nicht, du hältst da lange durch, ich meine, Godzilla wäre was für dich dann die, die Reihe, wenn du bis jetzt durchgehalten hast, ne, und, 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 und Kong hat halt vorher diesen kleinen Affen, der mir sehr suspekt erschien im Trailer, der mit riesigen Augen, der so ganz niedlich ist und so, und der ist nämlich da bei den anderen mit dabei und die unterdrücken ihn aber und, äh, den will er halt da befreien aus dieser Gruppe und legt sich da mit Skarking an und Skarking befreit dann, oder, holt dann diesen Eisdrachen, der Godzillas Hand einfriert und, als er dann wieder auch nach oben kommt, Moment, Moment, jetzt will ich kurz das hin, ja, seine Faust quasi, wo er zuschlagen will, warum wird nur die Faust eingeführt? Ja, der will zuschlagen und stellt dir so eine Schlagbewegung vor, so von oben und dann speit er da nicht Feuer, sondern sein Eis und dann gefriert so die Hand ein, ne, und er hat dann halt Schmerzen und, nur die Hand? Ja, nur die, nur die, nur die Hand, die Faust quasi, der Arm und als er dann wieder nach oben kommt und Monarch das, ach nee, die sind noch, die sind in die Hohlerde gefolgt und, nein, nein, du hast schon einmal, das war schon dein Abbruchkriterium, genau, ja, die sind dann halt auch rein, weil die haben ja drinnen in der Hohlerde auch Forschungsstationen, die sieht man ja auch schon in der Monarch-Serie und da gibt es dann auch so ein Forschungsprojekt, was er dann wieder hervorhebt, das ist dann quasi wie so eine Art Powerfaust von Fallout, die sie ihm dann da aufsetzen, die haben sie dort zufällig liegen, komplett funktionsfähig und dann haben sie einen Kran, dann machen sie ihm die ran und dann freut er sich, weil dann kann er wieder zu boxen und, ähm, dann, ähm, ja, wie ist das da noch, dann holen sie, äh, holt Godzilla, Godzilla hat nämlich auch irgendwie, äh, die holen da noch Mothra, holen sie auch noch mit ran, genau, die wird noch erweckt, ach, genau, jetzt habe ich die andere dämliche Storylinie noch vergessen, ähm, die, die, die Frau, in dem Film, äh, die hat das, äh, die hat dieses eine Kind adoptiert, äh, mehr oder weniger, was von diesen, ja, von diesen Native, ähm, Hollow-Earthern, äh, stammt und, ähm, also das weiß nicht, dass es von denen stammt und als sie dann in die Hohlerde kommen, dann sehen sie plötzlich den Stamm, den eingeborenen Stamm und dann sieht das Kind plötzlich, dass es zu denen gehört und, ja, dieses Kind, das hat dann auch so Fähigkeiten, das kann mit Kong auf so einer Art, äh, sublimalen Ebene kommunizieren, äh, ja, wenn sie was denkt, weiß das Kong und so weiter, ach, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich noch, äh, äh, jedenfalls wird dann noch Mothra wieder, wieder geholt und Mothra, ähm, die kämpft dann halt auch mit gegen, also so eine Riesenmotte ist das, ne, ähm, die ist schon, ja, die gibt es schon seit Ewigkeiten in diesen japanischen Godzilla's auch, also die, die gab es schon irgendwie seit den 70er Jahren oder sowas und, äh, die hat dann immer gegen Godzilla mitgekämpft, denn Godzilla muss dann auch, äh, eingedämmt werden und ach, äh, das ist der dümmste Film, den ich seit langem gesehen hab, also wirklich, das ist, ich kann's nicht anders zusammenfassen, also, ich hätte erwartet, als ich Bastis Video gesehen hab, der kommt gerade aus diesem Film, also, wo der rausgegangen ist nach, äh, ich war hier wirklich nah dran rauszugehen, ich hab gedacht, nee, also, das ist ja sowas von dämlich, ähm, also, dass die amerikanischen Godzilla-Filme und, und Kong-Filme, bei, obwohl die Kong-Filme waren, gefühlt noch immer noch ein bisschen besser als die Godzilla-Filme, aber dass die nicht mithalten können, ähm, bei, bei den japanischen, das ist ja schon lange klar, ähm, aber das ist hier wirklich, das ist so, als hätte man die, die Drehbuchautoren von Transformers quasi hier hergeholt, sag, ja, wir haben ja auch große Viecher, mach da mal was, also, das ist so dämlich, äh, auf allen, auf allen Ebenen, ja, äh, das ist, was für eine unglaubliche Scheiße das war, das kann man gar nicht zusammenfassen, äh, ich, äh, ich, ich bin fassungslos, ich bin wirklich fassungslos gewesen, wie man mit so viel Budget sowas gegen die Wand fahren kann, und, das ist ein generisches Drehbuch, also, immer wenn es um die, die Menschen geht, die irgendwas sagen, oder, das ist so plakativ und, und dämlich, und, ach, ich hab noch mehr, ich hab ja noch die dämlichsten Sachen vergessen, da geht sie noch zu jemanden hin, äh, gespielt von, äh, der heißt Bernie Hayes, gespielt von Brian Tyree Henry, der ist ein Podcaster, der so über die, so Verschwörungstheorien, über die Hohlerde, und bei dem holt sich Rebecca Hall, äh, eben irgendwie Hilfe, ähm, weil er natürlich ja gefühlt irgendwas weiß, aber er weiß ja eigentlich gar nichts, und der ist eigentlich nur so dieses Comic Relief, was die ganze Zeit da irgendwie bei denen mit dabei ist, und alles erlebt, und alles spektakulär findet, weil jetzt sieht er die Hohlerde zum ersten Mal, über die er die ganze Zeit nur Verschwörungstheorien hatte, und, was dieser Typ da überhaupt zu suchen hat, also diese Rolle, er schließt sich mir null, der hat, also null, der steht nur da, wow, ist das geil, lass uns das machen, ja, wow, ja, und alle müssen ihm immer sagen, nee, sei vorsichtig, und alle müssen auf ihn aufpassen, warum die den überhaupt mitgenommen haben, ähm, dann hat sie noch so einen Typen dabei, äh, der heißt nur irgendwie Trapper oder so, ähm, und der hat gefühlt, weiß der ein bisschen was, und kennt sich aus, aber ist auch dem, ah, das ist sein, als hätte irgendwie nie AI das Drehbuch geschrieben, also anscheinend ist es schon so weit, äh, wie blödsinnig kann dieser Film denn sein, und vor allem im Vergleich zu Godzilla Minus One, der mich wirklich umgehauen hat im Kino, der hat, die Japaner haben es halt einfach verstanden, dass ein Godzilla-Film, es geht nicht nur darum zu zeigen, irgendwie irgendwelche Riesenviecher irgendwie alles kaputt machen, das hab ich bei Transformers, da kloppen sich die Transformers durch irgendeine große Stadt, und dann ist alles kaputt, hier geht's auch darum, du musst die Story ein bisschen erzählen, es geht um, äh, um Kritik an, was weiß ich, an Nutzung nuklearer Energie ist, weil die eben irgendwas verstrahlt, und dadurch werden die Tiere eben so, oder irgendwas, es geht darum, Menschen zu zeigen, dass du mit denen mitfühlen kannst, hier bei denen war's immer so, Gott, sind die dämlich, hoffentlich stirbt er bald, oder so, weißt du, und, so, oh Gott, das Kind nervt, ey, kann die nicht irgendwie, kann die nicht da einfach bei den Eingeborenen jetzt bleiben, also, nein, ich bleibe bei dir, nein, du bist meine Mama, oh, ey, und die ist, ja, die ist auch noch, genau, die ist auch noch, die kann nicht sprechen, also die ist stumm, da musst du mal alles mit Zeichensprache, und dann steht halt das Untertitel da, da musst du auch noch aufpassen, und, oh, ey, nee, nee, da musst du auch noch mitlesen, und das dämliche Zeug, oh, also, das war wirklich der dümmste Film, den ich seit langem gesehen habe, ich hab, und das fing am Anfang schon an, bei, bei der Sache mit den Zahnschmerzen, da hab ich dir gedacht, ja, nee, ist klar, also, wirklich, so, ach, echt, es ist ein Ärgernis, und schon, wo Godzilla, also, wo sie den immer, hier so ähnlich wie Batman-Signal, weißt du, Priscilla, wir brauchen deine Hilfe, hier ist was, wo du denkst, naja, gut, wenn sie den jetzt nicht gerufen hätten, und mit der Gefahr alleine getrotzt hätten, wäre wahrscheinlich weniger kaputt gegangen von Rom, der einfach Rom komplett zertreten hat, ja, so, oder, eieieiei, da war so scheiße der Film, aber, ist ja in Kino-Charts immer noch weit vorne, also, gerade, man sieht's ja auch so, die Transformers-Filme, die sind ja auch gefühlt immer schlechter geworden, äh, weil da einfach immer nur noch irgendwelche kloppenden Transformers gezeigt werden, wenn das ist, was die Leute sehen wollen, ja, das sieht man hier auf jeden Fall, also, Godzilla-X-Kong, man sieht auf jeden Fall, riesen Viecher, die sich auf die Fresse hauen, überall, ähm, ja, riesen Viecher mit Eisstrahlen, riesen Viecher mit irgendwelchen, ja, keine Ahnung, also, alles mögliche, alles dabei, wirkt gut auf der großen Leinwand, Effekte sind top, kann man nicht anders sagen, aber Gott, ey, ist das dämlich, ist das dämlich, also, es hat sich wirklich, es war lange Zeit auch so ein bisschen Planet der Affen, weil Kong ist dann sehr lange in dieser Hohlerde, bei diesen anderen Affen auch, ne, es war irgendwie, hä, okay, ne, also, pff, ne, demnächst gibt's dann Godzilla Minus One, wieder auf, äh, auf Amazon Prime im Streaming, leider noch nicht auf Blu-ray, ich hoffe da auf eine schöne Sonderedition, dann hole ich mir die auf jeden Fall auf Blu-ray, dann gucke ich den lieber noch, noch zwei, drei Mal im Streaming an, als dass ich, irgendwie Godzilla-X-Kong, ich muss echt vorsichtig sein, mit den amerikanischen Produktionen da, die, das ärgert mich immer mehr, je weiter das geht. Merkt man fast gar nicht. Ne, merkt man gar nicht. Also, ich gebe zwei von zehn, bei Godzilla-X-Kong, weil ich mich auch so, bei Godzilla-Film, hey, ach du Gott. Weil ich mich, ja, die amerikanischen, die können echt nichts, das ist, so, dann habe ich im, im Flugzeug gesehen, die drei Musketiere, Milady, und du kannst ja bestimmt noch mal kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe, worum sie in dem ersten Teil ging, oder? Da ging es darum, dass Sartagnon zu den drei Musketieren gestoßen ist. Das stimmt, das ist in den ersten zwei Minuten, ja. Ne, weiterhin geht es dann darum, dass eben diese, ja, es gibt ja da einen, einen König, der so eine Liebschaft hat, mit einer Engländerin, und das, da gibt es ein, nicht ein Amulett, was war das, so ein Collier, ein Collier, genau, ein Collier, und dadurch, dass dieses Collier eben da ist, das müssen die halt wieder zurückbringen, zu der Person, wo es gehört dazu. Parallel sind noch sehr viele andere Geschichten, dass zum Beispiel Athos, eines Morgens neben einer toten jungen Frau aufwacht, und er hat den Dolch in seiner Hand, er wird zum Tode verurteilt, und die anderen Musketiere versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Die kommen allerdings selber auch in die, ja, quasi in die Schusslinie von, von diversen Intrigen, und der, der Krieg zwischen den Protestanten und Katholiken steht wirklich, ja, vor der Tür, und dann als, das, das endet ja damit, dass, D'Artagnan eben der Constance das Collier übergeben kann, und dadurch wird eben diese Königin nicht bloßgestellt, und quasi, das scheint alles wieder in Ordnung zu sein, aber, da ist natürlich noch einiges anderes im Hintergrund, und, ähm, letzten Endes, es, es tritt ja auch zum ersten Mal die, die Agentin von Richelieu auf, nämlich die sogenannte Lady de Winter, auch genannt M'Lady, die eben für die Gegenseite angesetzt wird, dieses Collier zu sichern, damit eben bewiesen werden kann, dass die Königin von Frankreich eine Liebschaft hat mit, äh, mit einem Engländer, und, ähm, das, genau, diese M'Lady, darum geht's jetzt halt in dem zweiten Teil, mehr oder weniger, also eigentlich fast komplett um, um sie, und sie bekommt hier sehr, sehr viel mehr Screentime als in dem ersten Film, was gut ist, also wird gespielt von Eva Green, und sie, ähm, ja, sie ist halt wirklich eine sehr intrigante Frau, die mit allen Mitteln arbeitet, auch mit Mitteln von Verführung und Sex und sonst was alles, ja, sie, und, ähm, es gibt dann so mehrere Szenen, wo sie, ähm, Dardan Yang mal das, das Leben rettet und dann ihn wieder umbringen will und sowas, und das Ganze in den Wirren, dass der Krieg jetzt gerade, ja, fast, oder, der hat schon begonnen und, ähm, spitzt sich zu in der Nähe von, ähm, ähm, ach, wie ist das, wo Deutschen den U-Boot-Hafen hatten, äh, La Rochelle, genau, äh, in der Nähe von La Rochelle, und, ähm, in diesen ganzen Kriegswirren, versuchen natürlich, ähm, ja, die, unsere vier Musketiere, das alles wieder ein bisschen zu beruhigen, und, ähm, die, die Freundin von, äh, Datan Yang, ist entführt worden, glaube, ich war schon im ersten Teil, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube, ja, es ist gerade ein bisschen alles, äh, Moment, also, du erwartest von mir, dass ich dir den ersten Teil zusammenfassen kann, den du erzählt hast, und weiß es selber nicht mehr ganz genau, ich weiß nicht mehr genau, ob es im ersten Teil war oder im zweiten, aber ich glaube, ja, das war noch im ersten Teil, wo sie entführt wurde, genau, und, ähm, sie, er ist jetzt hier halt auf der Spur, und da kreuzen sich halt immer die Wege mit der Milady, ähm, die dort auch immer unterwegs ist, und, ja, es gibt hier sehr, sehr viel mehr Kämpfe, weil natürlich jetzt der Krieg schon im Gange ist, und die, die vier Musketiere sich quasi durch die, die Linien da so bewegen, und dann sind natürlich auch sehr viele, fast wie bei Civil War, auch irgendwelche Freischärler, die irgendwo unterwegs sind, wo du gar nicht genau weißt, zu welcher Seite gehören die jetzt, und sind die jetzt Freund, sind die Feind, und, ähm, es endet natürlich wieder mit einem Riesen-Cliffhanger, also, da wird wirklich der, der dritte Teil schon angeteasert, ohne Ende, ähm, ich will es natürlich jetzt nicht verraten, worum es da geht, es gibt, äh, Major Deaths, äh, mehr will ich mir auch nicht verraten, Major Deaths, und, Kumpel von Major Tom, ja, Major Deaths, also wirklich, äh, Tode von Personen, wo man nicht dachte, dass sie, dass sie sterben würden, oder wo man gedacht hat, nee, der ist jetzt, der oder die ist jetzt nicht tot, ne, ja, ähm, und, ja, viel mehr will ich mal gar nicht verraten, es ist halt wirklich eher so ein, so ein Kampfgetümmelfilm, bewegen von A nach B, und, ja, ich fand's aber, schon ziemlich gut gemacht, ich war ja, mir hat ja der erste Teil auch sehr, sehr gut gefallen, und der zweite, den fand ich fast noch ein bisschen besser, weil der war jetzt nicht ganz so mit diesen ganzen politischen Ränkespielchen, und die Personen waren jetzt mittlerweile alle etabliert, und er ist auch sehr, sehr witzig, teilweise mittendrin, da musste ich teilweise schon mal ganz schön lachen, ha, 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 äh, 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 ich freu mich dann schon auf den, auf den dritten Teil, es ist wahrscheinlich nur was, wenn man so ein bisschen in dem ganzen Ding drinne, so Frankreich, und ich fand auf jeden Fall, finde ich die drei Musketierfilme besser, als die Napoleon, den Napoleon-Film, den gab's übrigens auch im Streaming, wobei ich mich da gefragt hab, ey, R. Franks zeigt diesen bescheuerten Film über diesen französischen, ja, aber gut, mh, ja, haben einige geschaut gehabt, wo ich mal auf Toilette gelaufen bin, hab ich dann auf dem Bildschirm gesehen, lief bei einigen dann an Napoleon-Filmen, ähm, hatten vielleicht einige noch nicht gesehen, äh, ich kann's empfehlen, äh, drei Musketiere, ähm, Me Lady heißt er ja, also wer den ersten Teil gesehen hat, wird den wahrscheinlich ja auch, ähm, anschauen, um zu wissen, wie's weitergeht, und ist auf jeden Fall ein riesiges Spektakel, mit vielen Stunts, Witz, hat so ein bisschen diesen Mantel-und-Degen-Film, Humor von früher so ein bisschen auch drin, und, ich mochte den. Leider, das lief er in Deutschland nicht im Kino, ich hätte ihn mir wahrscheinlich sogar im Kino angeschaut, ich glaub, Große Leinwand kommt ja ganz gut, wundert mich auch so ein bisschen, weil der ist von, stand am Anfang da, von Konstantin-Filmen produziert, ZDF ist mit drin, also, dass die den nicht ins Kino bringen in Deutschland, ist eigentlich eine Schande, aber naja, hätten sie wenigstens mal so ein Limited-Release für eine Woche gemacht, oder so, dass die Fans sich den hätten anschauen können, dann halt nicht, dann wird halt, werden halt immer mehr amerikanische Filme wie Godzilla X-Kong in den Markt gedrückt hier. Ja, also von mir, ich geb mal sieben Punkte für drei Musketiere Milady, schöner Mantel-und-Degen-Film, und vielleicht, wenn ich die nochmal in Ruhe gucke, nicht auf diesem kleinen Bildschirm im Flugzeug, und vielleicht nicht gerade auf Französisch mit Untertiteln, sondern vielleicht, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat und ein bisschen das genießen kann und nicht die ganze Zeit mitlesen muss im Flugzeug, wo man eh ein bisschen durch ist, dann gefällt mir vielleicht sogar noch mehr, vielleicht muss ich nochmal auf- oder abwerten, mal gucken. Jetzt gucken wir aber erstmal, was noch diese Woche anläuft, ob es mich irgendwie ins Kino zieht in Deutschland, mal gucken. Kino-Charts und Neustarts So, für die Charts habe ich dir gerade mal was geschickt, weil ich glaube, wir haben nichts bekommen, oder ich war wieder nicht auf CC. Doch, natürlich haben wir was bekommen. Ich bin nicht auf CC, oder was ist da los? Bei mir kommt nichts. Da steht an Erik und an mich. Nee, da hat es irgendwie eine falsche Adresse von mir. Erik at kinocast.net Kommt nicht an. Es kommt nicht an bei mir. Ist auch nicht im Spamfilter. Ich habe es, kannst es mir mal weiterleiten, dann nehmen wir die. Kann ich machen, ja, warte. Das ist echt, echt komisch, ja. Erik at kinocast.net So, senden. So, dann refresh ich mal. Du kannst ja schon mal anfangen mit dem fünften Platz der Stuttgarter Innenstadtkinos. Ja, wir müssen ein bisschen zusammenrücken dann, aber Platz 5 ist The Zone of Interest. Ich habe es noch nicht hier. Soll ich weitermachen mit Platz 4? Machen wir, bis ich es habe, ja. Okay, Platz 4 ist One Life und dann kommt, wenn man alle Versionen zusammen addiert, auf Platz 3 Dune Part 2. Dann auch wieder, wenn man alle Versionen, die laufen, zusammen addiert, kommt auf Platz 2 Chantal im Märchenland und auf Platz 1 die meisten Zuschauer in der vergangenen Woche waren Ich habe es immer noch nicht. Tut mir leid. Wahrscheinlich Dune, oder? Nein, habe ich ja gerade schon gesagt. Dune habe ich ja gerade schon erwähnt. Warte mal, ich bin verrutscht. Oh, ich bin völlig verrutscht. Entschuldige, ich nehme alles zurück. Jetzt habe ich die falsche vorgelesen. Jetzt richtig gut. Also, Platz 5 ist Godzilla X Kong, Platz 4 ist Kung Fu Panda 4, Platz 3 ist Dune Part 2, Platz 2 ist Chantal im Märchenland und Platz 1 ist Back to Black. Okay. Sorry, jetzt war völlig falsch zusammen. Jetzt ist es auch angekommen. Jetzt kannst du es auch verifizieren. Warum kommt das? Die hat meine E-Mail-Adresse. Ich habe keine Ahnung, warum das bei mir nicht ankommt. Also, ich habe das nicht. Egal, forschen wir nachher mal nach. Wir gucken mal, was Neues anläuft. Ich nehme erst mal Kino.de, werfen wir da mal einen Blick rein. Oh ja, Arthur der Große läuft da an, am 25.4. Den können wir auch wärmstens empfehlen, den Film mit Mark Wahlberg, der so ein Extremsportler ist, der so einen Ultra-Wettkampf mitmacht, über irgendwie 400 Meilen oder irgendwas, da quer durch irgendein Land und denen läuft dann ein Hund zu, dem Team und ja, der Arthur freundet sich mit denen an. Ganz, ganz toller Film. Ganz großer Film, ja. nicht nur, wer Hunde mag. Ja, es startet Sterben, ein Familiendrama mit Lars Eidinger und Corinna Harfurch über eine Familie, die sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen muss. Okay. Max und die wilde Sieben. Hat das irgendwas mit der wilden Neuen zu tun? Nee. Fortsetzung der Kinderfilmreihen, der Max und die befreundeten SeniorInnen in einer Geistererscheinung, einer Geistererscheinung nachgehen. Nicht in. Du hast den Zusatztitel weggelassen. Die Geisteroma. Die Geisteroma. Okay. Dann startet ein Film, wo ich dachte, der kommt eigentlich nur auf Netflix raus. Challengers. Drama von Luca Guadagnino mit Zendaya in der Hauptrolle in einem Liebestreieck voller Rivalität auf dem Tenniskourt. Also ich bin mir relativ sicher, dass der nur ganz kurz läuft und dann auf Netflix kommt, weil da habe ich irgendwas gesehen von. Startet zumindest in New York. Quatsch, New York in Washington. Hier sehe ich gerade Early Access Screening am 26. April und dann läuft er regulär. Auf jeden Fall mindestens eine Woche bei denen. Okay. Also ich glaube aber, dass es Netflix war, oder? Wahrscheinlich. Gibt es ja heutzutage sehr viel von diesen, den sie mal kurz ins Kino bringen, damit er bei eventuellen Preisverleihungen mitmachen kann. Es startet auch noch ein Colt für alle Fälle, The Fall Guy. Action-Film basierend auf der 80er-Fernsehserie. Jetzt aber mit Ryan Gosling als abgehalfterten Stuntman. Ich muss ja sagen, in dem Trailer sah so gut wie nichts nach Colt Severs aus. Gar nichts. Ich hoffe aber, dass der Film trotzdem gut ist. Ich habe ein paar Leute gesehen, die den in Previews hatten in meiner Filterbubble und die waren begeistert. Also deswegen hoffe ich mal, dass das vielleicht auch ein guter Film wird. Dauert aber halt auch zwei Stunden. Also das ist ganz schön heftig. Wenn die zwei Stunden vollgepackt sind mit Spaß und guter Laune, dann nehme ich gerne zwei Stunden. Ja klar. Und ich muss dazu noch sagen, in den 80er-Jahren ein Colt für alle Fälle hat meine Jugend begleitet. Und tatsächlich, als ich damals, ja, aber als ich damals gefragt wurde vor der Einschulung, was ich werden möchte, habe ich gesagt, Stuntman. das ist ja süß. Also vor der Einschulung war es bei mir nicht, aber... Ja, ja, aber ich habe damals auch gesagt, du bist ja lieb, was, warum? Die haben mich ein Colt für alle Fälle und die haben mich alle angeguckt wie so ein Outro, weil ich fand es so gut. Würde natürlich auch auf unseren Tipp passen, sehe ich gerade. Ich werde ihn vielleicht mal tippen, The Fall Guy oder so, vielleicht kommt er ja. Du weißt, du darfst jetzt nichts kommentieren, aber ich tippe den mal Fall Guy, weil ich glaube, das passt ganz gut, wer nicht nagt, der nicht gewinnt. Genau. Dann startet noch Knock Knock Knock. Hat aber keine Fortsetzung von Knock Knock. Nee, ist leider nicht nochmal einer der Amers beim Duschen. Horror Thriller mit The Boys Star Anthony Starr, in dem ein kleiner Junge von einem seltsamen Klopfen terrorisiert wird. Oh Gott. Dann startet The American Society of Magical Negroes. Da hatten wir vorhin gerade schon eine Menge davon gehört. Ja, aber die Beschreibung ist gar nicht mal so schlecht. Satire, die das rassistische Klischee des Magical Negroes konntet. Okay. Ja. Deswegen. Ein Drama haben wir mit Zwischen uns das Leben. Das sagt mir jetzt gerade noch gar nichts. Ah, den, da hatte ich gesehen, der, der, der in Frankreich lief der im Kino, also das Poster. Laurent ist ein bekannter Schauspieler und geht auf die 50 zu. Helene ist Klavierlehrerin und Mitte 40. Er wohnt in Paris, sie lebt in einem kleinen Badeort am Meer. Sie haben sich vor etwa 15 Jahren einmal geliebt. Dabei trennen sie sich. Dann trennen sie sich. Die Zeit verging, jeder ging seinen eigenen Weg, die Wunden schlossen sich und die Wut verebte. Als Laurent versucht, seine Melancholie im Whirlpool eines Thalasso-Therapiezentrums zu verwässern, trifft er Helene zufällig wieder. Ja, als ich vor zwei, drei Wochen in Frankreich war, habe ich das Poster sehr oft irgendwo hängen sehen. Da lief der Badeort am Meer. Wird mich interessieren, welcher Badeort am Meer das wohl ist. Naja, wo sind wir denn? Jetzt habe ich meinen Tab. Hier, das Geheimnis von La Mancha, ein Kinder- und Familienfilm, ein Animationsabenteuer um den elfjährigen Nachfahren von Don Quixote, der gemeinsam mit seinen Freunden die Stadt La Mancha vor einem Sturm retten muss. Uh, geht er auch auf Windmühlen los. Und dann haben wir noch den absoluten Knaller, glaube ich, der komplett alles wegfiedeln wird in dieser Woche. Winnie the Pooh, Blood and Honey, Teil 2. Fortsetzung des Indie-Slasher's, in dem die wild gewordenen Kinder, Kindheitshelden Winnie-Pooh und Ferkel ihre Mordreihe weiterführen. Naja, also ich habe ja bei dem ersten Mal reingeguckt, ich habe den nicht lange ausgehalten, der ist doch sehr, sehr dämlich, also. Moment, du hast den Film vorher abgebrochen, kannst du dir einen Urteil drüber geben? Nee, ich habe aber ja keine, ich habe den ja hier nicht vorgestellt und habe ja nicht versucht, jetzt ein Urteil zu fällen, mir hat er jetzt bis dahin nicht gefallen, deswegen, ja, der ist halt wirklich, die Versuchung halt wirklich nur so. Es gibt ja jetzt, habe ich gesehen, bei, auf dieser Seite, hier genau, auf dieser Washington-Kino-Seite, ein Film, der demnächst andäuft, Coming Soon, Cinderella's Revenge. This Ain't No Fairytale, das sieht auch so aus, sie hat ein Messer in der Hand, Cinderella und das weiße Kleid ist besudelt mit Blut. Also da gibt es wahrscheinlich sehr viele von denen, weil bei, bei, bei Disney laufen jetzt einige Lizenzen aus, das heißt, das jetzt Winnie de Pooh ist jetzt Gemeingut, das heißt, es dürfen jetzt andere Filme oder Geschichten drüber erzählt werden, genauso wie bei Cinderella. Glaube ich, weil das so die ersten waren, das ist glaube ich irgendwie so, wie lange, wie viele Jahre, weiß nicht, 100 Jahre oder so, seit erster Schein oder 50 Jahre, keine Ahnung. Oh, ich sehe gerade hier in Washington im Kino, machen sie jetzt eine Limited Engagement Reihe, alles Spider-Man Filme. Von Spider-Man 1 bis hier Spider-Man No Way Home. Ja, cool. Naja, so, haben wir noch irgendwelche Filme? Nee, genau, das war es, die unten, die laufen glaube ich nicht an, das ist wieder, ja, dann sind wir ja soweit durch hier mit den Neustarts, ja, schon hier das mit Mark Wahlberg, den kann man schon sehr empfehlen und deinen Filmen, auf jeden Fall, deinen American Society auf jeden Fall auch, sind schon gute Filme dabei, aber es laufen ja auch noch gute Filme, also, Dune 2, hatte ich ja letzte Woche schon darüber gesprochen. The Fall Guy noch dazu, also wird durchaus spannend. Mhm, mhm, okay, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz hier IMDB aufrufen, ich hab, in Amerika hab ich einige Filme geguckt im Fernsehen, das ist zwar sehr, Terminator 2, sehr, äh, kräftezehrend, ähm, ja, ich hab Terminator 1 und 2 geguckt, äh, so nebenbei mitlaufen lassen, äh, und, äh, ist wirklich, äh, sehr nervenzehrend, weil die, die viele Werbungen und so. Ich hab noch einen Film geschaut, den hab ich jetzt dir noch nicht erzählt, ähm, der hat ein bisschen was mit Argyle zu tun, den Film, den wir heute nicht besprechen, sondern nächste Woche, denn, da spielt auch Sam Rockwell mit, mal gucken, ob du drauf kommst, also Sam Rockwell spielt da mit, ähm, Harry Dean Stanton spielt da mit, in diesem Film, mhm, den könntest du zum Beispiel kennen, der hat bei Alien, war das der Typ, wo das, der sich, äh, der da irgendwie infiziert wird und dann, auf dem Tisch liegt, wo das Alien durch seine Brust kommt. Mhm. Äh, klingelt doch nicht, äh, Graham Green spielt mit, der spielt meistens so ein, oder der, der ist ja Native American, der hat bei, wir hatten den gesehen bei Wind River zum Beispiel, in der, in der Sneak Preview, äh, der hat bei The Last of Us, hat er mitgespielt, da hat er Marlon gespielt, ne, sagt er auch nichts. Also ich versuche auf den, dich auf den Film zu lenken, ne? Dann, ähm, James Crumble spielt mit, der spielt da den, den Chef von so einer Abteilung, der hat zum Beispiel bei, bei Star Trek, der erste Contact, hat er Seth from Cochran gespielt oder so, und der, ich glaube bei der, bei Hot Shots hat er auch mitgespielt, ne, schlag auch nichts. Ähm, Bonnie Hunt ist mit dabei, David Morse, ähm, Michael Clark Duncan, ne? Klingelt was? Der hat bei Armageddon zum Beispiel mitgespielt, bei Sin City hat er mitgespielt, dann Tom Hanks spielt mit, muss ich dir erklären, wo der, Forrest Gump zum Beispiel hat er mitgespielt, oder, äh, Castaway hat er mitgespielt, das ist eine Idee, da gab es diesen, diesen, ähm, äh, 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 William Sattler. Ah ja, warte, 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 William Sattler spielt mit, ähm, ah, für Sam Rockwell war das, glaube ich, so gefühlt, sein Durchbruch, äh, ich erzähle mal noch, Sam Rockwell spielt einen inhaftierten, The Green Mile, genau, richtig. Green Mile, Green Mile, ja, und ich muss sagen, ich hab Green Mile ewig nicht gesehen, ähm, also, weiß nicht, ich glaube, äh, also ich hab den damals im Kino gesehen, war irgendwie sehr geplättet, ich hab den dann irgendwann zu Hause nochmal geguckt gehabt, ähm, aber ich hab den bestimmt 10, 15 Jahre nicht gesehen, und da lief der, fing der gerade an, da hab ich gedacht, okay, ähm, guck ich mal rein, weil irgendwie der Anfang, da war zumindest so, da merkte ich, oh, ich hab einiges vergessen, und, ähm, ja, dürfte ja bekannt sein, oder? Es geht darum, Tom Hanks arbeitet im Todestrakt von einem, von einem Gefängnis, und das Ganze spielt, wann spielt das so, in 30er Jahren oder so, also es ist schon, wo das damals gerade richtig losging, so mit, äh, elektrischen Stuhl und so weiter, ähm, mit den, mit den Hinrichtungen, und das Ganze ist, äh, geschrieben von Stephen King, die ganze Geschichte, ähm, und das hat auch noch so einen Hintergrund, denn da ist nämlich so ein leicht, mysteriöses, märchenhaftes Ding mit drin, denn die ganze Geschichte wird in Rückblenden erzählt, von einem älteren Mann, der das, äh, so einer Frau erzählt, in so einer Art Altersheim, und er erzählt halt, wie er früher da gearbeitet hat, in diesem Gefängnis, und sie bekommen eines Tages mal ein, ein Häffling dort rein, der wird, ähm, gefangen genommen von so einer Art Mob, die ihn gesucht haben, denn bei einem Mann wurden zwei, zwei Töchter entführt, ähm, und diese wurden dann, beide tot, in den Armen eines Mannes gefunden, der, der geweint hat, ein sehr großer, schwarzer Mann, gespielt eben von Michael Clark Duncan, in der, im Film heißt er John Coffee, wie das Getränk, ähm, nur anders geschrieben, und, es wird natürlich gleich kurz, okay, er ist hier mit den zwei Leichen von den Kindern, er muss es gewesen sein, er verhält sich irgendwie komisch, er ist schwarz, das war halt damals so, ne, der, der war's, so, er wird in den Todestruck gesteckt, seinen Anwalt hat er auch nicht viel entgegenzusetzen, und, ähm, in dem Todestruck sind halt auch noch andere Leute, und, man stellt aber fest, dass dieser John Coffee, wohl doch noch irgendwie so leicht übersinnliche Fähigkeiten hat, das ist allerdings wirklich jetzt nicht so tragend, sondern das Ganze ist wirklich sehr sensibel erzählt, diese ganzen Menschen, die in dem Todestruck sind, dann Tom Hanks und seine Kollegen, wie die mit denen umgehen, sie bekommen dann auch noch jemanden mit rein, so ganz fiesen, sadistischen Typen, den Percy, ähm, der irgendwie verwandt ist mit dem Gefängnischef, und, ähm, dem sie jetzt nicht irgendwie anpissen wollen, du kennst ja den Film bestimmt, du hast ihn bestimmt auch mal gesehen, das ist ja quasi, und der hat mich wieder sehr, sehr bewegt, und ich hätte nicht gedacht, weil der Film ist ja nun doch schon ein bisschen älter, und meistens, wenn du so einen älteren Film guckst, ähm, die wirken manchmal so ein bisschen cheesy, von der Inszenierung her, und, ähm, der, ähm, der wirkt aber immer noch, also wirklich top aktuell, der ist von, ich glaube, 99, hm, wenn ich mich recht erinnere, ja, 99 kam der raus, und der wirkt aber immer noch absolut top aktuell, und, auch die, die Geschichte, die nimmt einen noch genau so mit, und, äh, es ist so gut erzählt, und gespielt, ich kann es nur jedem empfehlen, also guckt den mal, wenn ihr die Chance habt, irgendwo, äh, The Green Mile, ich habe es auch hier zu Hause schon erzählt, und meine Frau sagt, ja, der steht schon ewig auf ihre Wunschliste, sie hat den nicht gesehen, und da habe ich gedacht, okay, dann auf jeden Fall mal gucken, ähm, sie wollte den auf jeden Fall mal gucken, jetzt schaue ich mal, wo der hier bei uns im Streaming läuft, damit ich gleich mal hier, ja, könnt ihr euch bei Prime Video, da ist er in der Flatrate mit enthalten, ähm, da ist hier ein Häkchen, und bei Magenta TV, ist er auch in der Flatrate enthalten, auf jeden Fall mal reinziehen, oder? Hast du den noch gut in Erinnerung, oder hast du, ja, Ich habe, sagen wir es mal so, ich habe relativ aktuell sogar eine Szene, sehr gut in Erinnerung, ähm, aber das, ähm, kann ich dir, ähm, wenn, wenn, wenn die Aufnahme vorbei ist, gerne noch erzählen, wenn du möchtest, ähm, aber ansonsten habe ich den, ja, in sehr positiver Erinnerung auf jeden Fall, weil, absolut großartiger, äh, berührender Film. Mhm, also kann man, kann man nicht anders sagen, und ich habe es im Original verfangen, ja, so Filme bei mir auch immer noch ein bisschen mehr, ich habe den, glaube ich, zum ersten Mal auch im wirklich, im englischen Original geguckt, weil, irgendwie kam ich jetzt, habe ich jetzt nicht die, die Notwendigkeit gesehen, mir den im Streaming mal zu suchen, und mal einzuschauen, er wurde mir auch nirgends empfohlen, und, ähm, der geht ja auch ein bisschen länger, glaube ich, fast drei Stunden, und, ähm, deswegen, ich habe den damals halt im Kino in Deutsch geguckt, und jetzt im Original, ach, das, das wirkt so viel echter, und, und da hat mich noch mehr reingezogen, trotz, dass wirklich alle Viertelstunde gefühlt, irgendwie eine halbe Stunde Werbung war, im amerikanischen Fernsehen, was echt sagt, ähm, das ist wirklich unglaublich, aber, ja, schaut's im Streaming, wenn ihr den Film noch nicht kennt, er wirkt immer noch top, Notch, er sieht toll aus, und, ähm, die Geschichte, die nimmt einen wirklich mit, falls ihr nicht so auf Mystery-Kram steht, egal, gebt dem eine Chance, das ist wirklich nur, ein ganz kleines bisschen, das ist fast so ein bisschen wie bei Stephen Kings Misery, ähm, wo, wo das auch nur ganz dezent ist, ja, diese, dieses Übersinnliches, jetzt kein Stephen King Horrorfilm, oder sowas, sondern es ist wirklich wahnsinnig gut, und ich war wirklich so überrascht über, von dem Drehbuch und von der Regie nochmal, Wahnsinn, toller Film, The Green Mile, ich hab, ähm, festgestellt, ich hatte den bei IMDb noch gar nicht bewertet, deswegen, ich hab ihm dort neun Punkte gegeben, auch jetzt noch, ähm, weil er mich nochmal so mitgenommen hat, ich musste da auch wieder heulen, bei manchen Szenen, ja, ähm, okay, also The Green Mile, nochmal Empfehlung von mir, und, ja, Star Trek Discovery machen wir dann beim nächsten Mal, Serie Neustart, hab ich jetzt gar nicht vorbereitet, äh, ich, du kamst jetzt auch erst zurück, also, ja, ich bin noch ein bisschen, da quasi auf, aus dem Flieger raus, nehmen wir hier quasi ja schon auf, weil der Erik halt alles dran setzt, für euch, liebe Hörer, hier da zu sein. Ich scroll hier mal fix durch, hier startet ein was Neues, ich hab jetzt null Information, äh, auf Netflix eine Serie, im 25. April, Dead Boy Detectives, und, ähm, basiert auf den gleichnamigen Comics, und wurde jetzt bei Netflix zu einer Serie adaptiert, soll kann jetzt gut sein hier, was ich das so lese, ähm, du willst irgendwas sagen? Ich möchte jetzt noch ganz kurz ankündigen, ich bin mit Crooks durch, und ich würde das gerne nächste Woche besprechen, weil ich hoffe ein wenig, dass der Erik noch reinguckt. Ich hab die erste Folge gesehen, aber dann hast du mal andere Sachen geguckt, aber die fand ich schon mal ganz gut. Die macht auch so eine komische Wendung mittendrin, wo ich erst dachte ich, ah, okay, ich weiß, wie es läuft, und hä? Okay, sind die auf einmal in Wien? Okay, was ist jetzt los? Fand ich schon mal sehr gut. Also, wenn mich was überraschen kann, ist immer sehr gut. In positiver Hinsicht, weil das hat auch nochmal ein ganz neues Ding aufgemacht. Okay, Neustart zweiter, dann startet noch The Fall, der Fall Asunta auf Netflix. The Fall. Auf Prime Video startet eine Serie, die heißt Twisted Metal. Hat das irgendwas mit der, ah genau, basiert auf dem gleichnamigen Konsolenspiel. Ah, okay, ja. Hauptrolle wurde unter anderem Will Arnett gecastet. Klingt spannend. Kennst du das Spiel? Twisted Metal? Ne. Ne? Okay. Wundert mich gar nicht. Jetzt gerade ein bisschen. Dann startet noch Fiasko auf Netflix am 30. April. Ja, das war es dann, glaube ich, mit den Neustarts hier für die kommende Woche. Und dann sind wir ja eigentlich schon so weit durch. Oh, Musiktipps habe ich jetzt gar nicht. Verdammt. Müssen wir irgendwas? Ja, lass mal weg diese Woche. Lass mal einen Random Song vom neuen Taylor Swift Album nehmen. Nein, es sind 31 neue Taylor Swift Songs. Kate ist für die nächsten 31 Sendungen auf jeden Fall gewappnet. Wir halt nicht, deswegen. Genau, ich habe jetzt irgendwie noch gar nichts. noch keinen Song rausgesucht. Ja. Nun gut. Dann ist jetzt halt hier Schluss. Ja, macht's gut, liebe Leute da draußen, liebe ZuhörerInnen, lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit und schreibt einen Kommentar. Wir hatten übrigens einen Kommentar zu einer älteren Folge, das fällt mir gerade ein, vom Björn, der hat irgendwie geschrieben, weil wir hatten bei, jetzt muss ich mal auch hinscrollen zu seinem Kommentar, genau, wenn ich hier schon zu Kommentaren aufrufe und wir nicht dran auch eingehen. Wir hatten bei der Folge Nummer 798, das war schon lange her, steht jetzt gerade kein Datum, warum steht hier kein Datum? Ist schon eine Weile her. Hat er geschrieben, da hatte ich irgendwie die Episoden, die Kapitelbezeichnung, hatte ich genannt, Indiana Jones und das Glücksrad, weil wir in der Besprechung bei Indiana Jones, hatten wir aus Versehen immer gesagt, irgendwie Wheel of Fortune statt das Rad der Zeit und deswegen hat er, er hat wahrscheinlich nur die, die Kapitelmarke gelesen und hat sich da gewundert, warum das falsch ist. Ja, genau, das war deswegen, wenn euch sowas auffällt, gerne als Kommentar auf kinocast.net. Ihr könnt natürlich auch auf allen möglichen anderen Plattformen kommentieren, aber gerade bei, bei Insta oder bei, bei Twitter oder bei Threads oder sowas oder bei X, wie es jetzt heißt, natürlich nicht Twitter, da kommt teilweise so viel rein, auch so viel Spam, da gehen manchmal so in Anführungszeichen richtige Kommentare dann ein bisschen unter. Deswegen am besten auf kinocast.net, da habe ich einen relativ guten Spamfelder drin und da kommen eigentlich fast nur die wirklichen, echten Kommentare durch. Manchmal verschluckt es auch die echten Kommentare, leider. Ich hoffe dann, ich erkenne es rechtzeitig, weil die werden sonst gelöscht nach ein paar Tagen. Also, haut in die Hasten, kinocast.net, lasst es euch gut gehen, bis nächste Woche, tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast.